Durch ein Word-Dokument lässt sich nicht nur mit den Pfeiltasten oder mit dem Mausrad scrollen, sondern es gibt hier noch weitere Möglichkeiten. Wer sich schon mal gewundert hat über diesen kleinen runden Punkt hier, wenn man hier drauf drückt, dann liest man es auch, Browse Object. Hier kann man entsprechend Objekte auswählen, die dann mit den Pfeilen darunter und drüber angesteuert werden können. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, ich möchte Grafiken auswählen und ansteuern. Dann habe ich hier eine Grafik und mit den Pfeilen springe ich jeweils zur nächsten Grafik in diesem Dokument. Das Dokument ist etwas größer, ich habe hier drei Grafiken drin und hier wird entsprechend zur jeweiligen Grafik gesprungen. Das Ganze kann ich auch mit Tabellen machen. Ich habe hier zwei Tabellen im Dokument, Tabelle 1 und Tabelle 2. Ich kann das machen mit den Seiten und ich kann das auch machen mit zum Beispiel Fußnoten und Endnoten. Ich habe jetzt hier eine Fußnote, hier ist die nächste. Das geht auch mit Feldfunktionen. Hier diese beiden Schaltflächen, da geht dann das Menü auf, das ich dann auch in der Startleiste habe und im neuesten Office habe ich das leider nicht mehr verfügbar, diesen Navigationsbutton. Hier muss ich dann auf Ansicht klicken, Navigationsbereich und hier kann ich ebenfalls entsprechend die Überschriften ansteuern. Hier habe ich sogar die einzelnen Seiten verfügbar und ich kann hier aber noch weitere Elemente auswählen. Ich habe hier nochmal die Grafiken, die kann ich hier mit dem Pfeil oben und unten dann entsprechend auswählen. Ich habe hier die Tabellen, Tabelle 1, Tabelle 2 und ich habe jetzt hier zum Beispiel auch wieder meine Fuß- und Endnoten 1 und 2.